Bis 10 Kilogramm steht das auf Noah. Mal sehen, mal sehen. Ich glaube, wir müssen das Video sogar an Stehen machen. Das Paket ist so groß. Ja, und das ist noch auf dem Tisch drauf. Also, wir haben hier wieder was von Tops bekommen, um darüber ein Video zu machen. Und jetzt will das hier nicht Noah sofort losstürmen. Wow! Wow! Und es ist... Junge, was wir bekommen haben! Das ist super! Cool! Guck, no, 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 rass nicht sofort aus. Also, wir haben hier sogar... Ein Kalender! Adventskalender! Boah! Zeig mal, zeig mal. Wir haben einen Tops Match Attack Adventskalender bekommen. Boah, ist der cool. Und... Wow! Champions League Pakete. Hier ist auch eine Champions League Box. Noch neun! Hier Champions League auch. 2018 und 2019. Und noch überall hier Zeitung. Hier ist noch ein Champions League Paket. Ich krieg das gar nicht raus. Hier sind mehrere solche Pakete. Hier, das ist zum Beispiel Bundesliga. Und hier gibt's auch Champions League. Und hier gibt's auch... Boah, Alter, das ist echt nice. Ein Champions League. Echt! Wow, noch Kartenpacks! Hier erfährt man auch sofort, dass, solange du sich eine neue Frisur gemacht hast. Ähm, mal sehen, was... Was ist denn hier auf der Rückseite? Oh, das ist ein Stickerheft. Wie man sieht. Wie... Zum Beispiel Dortmund. Und guck mal, hier... Ein richtig krasses Darstatt. Ja, das ist... Boah, Alter, ein Adventskalender. Hier sind noch mal Kartenpacks von der Champions League. Die Box ist so schwer. Oh! Oh! Ein riesen Bundesliga-Box. Richtig nice. Sollen wir mal was aufmachen? Boah! Alter, da-da! Sollen wir Champions League zuerst aufmachen? Äh... An dieses Champions League-Ding ein paar Pakete. So, hier. Okay, komm. Junge, ist das viel! Damit könnte man sich in der Badewanne... da vollschieben, alles rein tun und es passt so nicht weit. Ja, wir haben alles voll. Boah! Also, hier sind ein paar Packs. Warte! Hier, warte, hier ist was drin. Mal sehen, was das ist. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Limitierte Editions sind hier drauf. Und auf der anderen Seite sind einfach... Also, hier sind einfach nur Karten drauf. Ich glaub, was man kriegen könnte... Ich mach eine auf, ich mach eine. Boah, no. Hey! Ich hab euch auf. Okay, was wär's hier? Ja, den haben wir eigentlich... Oh, guck mal. Hier ist noch so eine Karte drüben. So ist denn das... Irgend so ein Code ist hier drauf. Ein Gewinncode. Auf der hier auch. Ich glaub, in jedem Cut-Pack hier ist ein Gewinncode. Oh, wir haben den FC Barcelona-Wappen! Hey, 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 hey! Das ist doch nicht Barcelona, hallo! Hey, hey! Real Madrid-Wappen! Was ist das für ein Wappen? Das ist... Gal... Galataserei ist das. Ah, ja. Wir haben einen Glitzerspieler! Das ist von dem Verein... Oh, ich kenn mich echt nicht gut mit Objektiv aus. Ich bin hier nicht... Ja, das ist... Only... Tra... Traore. Traore. Egal. Ist egal. TSG Hoffenheim. Dann noch... Oh! Zwei Spieler! Defter. Ja, hier Defter. Und hier... Joshua Kimmich von FC Bayern. Wir haben noch... Zeig mal, Joshua Kimmich. Und... Dann haben wir noch Sammy Kidira von FC Juventus. Oh! Oh! Und... Eine Glitzer-Karte... Von FC Paris. Edicione Cavalli! Und jetzt das nächste Pack! Oh, wir haben noch den Juventus... Torwart von Juventus. Hier... Dann noch... Hier nochmal... Spieler... Spieler... Und Spieler... Oh! Das ist von... Manchester... Oh, nee... 100... United. Manchester United. Manchester United. So... Mal sehen... Mal sehen... Was ist denn drauf? Einfach nur ein FC Schalke-Spieler, Noah. Aber das ist echt eine coole Karte. So... Oh, cool. Man of the Match. Wir haben einen FC Bayern-Spieler, sehe ich hier. Ja, das ist... Iron Robben. Iron Robben. Zwei Spieler noch? Iron Robben. Iron Robben. Ja, hier sind... Ja, hier sind... Spieler... Oh! Von Manchester City! Clay Walker! Ich habe... Ich habe gehört, dass Manchester City gegen Liverpool gespielt hat. Ich weiß aber jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. Manchester City ist auf dem ersten Platz! Hier wieder ein Manchester City-Spieler. Torwart von FC Schalke. Dann noch ein Spieler. Ein Liverpool-Spieler, Dejan Loven. Oh! Ein... Blauer Spieler. 2017, 2018. Wie das? Wie das? Karim Betsema von... Real Madrid. Und guck mal, was ich hier in dem Heft entdeckt habe. Wo es jetzt... Da hat man schon ein bisschen... Hier sind... Aber wo ist das? Das ist ein Spielplan, Noah. Ja, ein Spielplan. Und was ist das andere jetzt? Also das war alles, was in dieser Box drin war. Und alles, was da drin ist, werden wir später aufnehmen. Ja, das war's bei den Lightning Rockets. Tschüss! Und abonniert unseren Kanal.